Es ist eine alte Jedi-Tradition. Sechs Jünglinge werden in die Höhlen von Illum geschickt, wo sie bei der Versammlung auf die Probe gestellt werden. Dies ist ein altes Ritual, bei dem jeder Jüngling einen Kristall finden muss, mit dem er dann sein eigenes Lichtschwert baut. Währenddessen müssen sie viele gefährliche Situationen meistern. Doch die schwerste Prüfung ist die Konfrontation mit sich selbst. Da sie diesen Test bestanden haben, müssen sie nun den ersten Schritt in eine größere Welt hinauswagen. Ich nenne diesen Angriff Wirbelwind des Schicksals. Angeber. Könnt ihr alle bitte kurz herkommen? Ihr habt die Versammlung erfolgreich bestanden und eure Kristalle gefunden. Und wann können wir unsere Lichtschwerter bauen? Legt eure Kristalle auf den Tisch. Der Unterricht wird jetzt beginnen. Dies ist der Architekt und Konstrukteur der Lichtschwerter. Hu Yang. Warum beeilst du dich so, Petro? Mit diesem Lichtschwert werde ich Obi-Wan Kenobi zu einem Duell herausfordern und Grievous töten. Die einzige Person, die du damit töten wirst, Jüngling, bist du selbst. Du hast die Impulsmatrix vertauscht, wodurch die Energie nach hinten losgeht. Aktiviere es und alles, was von dir und deinem Lichtschwert übrig bleibt, ist ein Kristall. Fang von vorne an und halte dich bitte dieses Mal an den Bauplan. Denk dran, komm zur Ruhe und konzentriere dich. Dann hast du es klar vor Augen. Gut. Vorsichtig. Vertraut der Macht. Was war das? Ich weiß es nicht. Wartet. Erzwo, was ist passiert? Wo? Oh nein. Sie zielen auf unseren Hyperantrieb. Bring uns hier raus. Dieses Geräusch gefällt mir gar nicht. Bleib du hier. Ich sehe nach den Jünglingen. Ein exzellenter Treffer. Feuert die Greifharpune nach. Jünglinge, 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 wer greift unser Schiff an? Piraten. Piraten? Die werden uns alle umbringen. Vielleicht sollten wir uns im Luftschacht verstecken. Folgt mir. Nur Feiglinge verstecken sich. Wir sollten hier bleiben und kämpfen. Wir werden kämpfen, nur nicht so wie sie es erwarten. Los, beeilt euch. Gehört das zu unserem Training? Jetzt schon. Hondo sagt, wir sollen die Jünglinge finden und sie zu ihm bringen. Tod oder lebendig? Genau das. Wir müssen tapfer sein, junge Jedi. Gnody und Zed, ihr müsst ins Cockpit gehen. Erzwo finden und es sichern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017.